You can call me baby, but only for tonight Moin und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich für euch mal einen dicken Klopper und zwar von Ria Keo. Peking Opera Nr. 1, Peking Opera Nr. 1. Wir sehen ein Stahlkäfig ist hier enthalten. Dementsprechend lasse ich den Karton auch mehr oder weniger jetzt zu. Ja, er hat mich auf dem Video sehr angesprochen. Wir schauen uns hier nochmal die Details zu an. Und zwar haben wir hier 51 Schuss, 30 Millimeter Kaliber, 50 Sekunden Brenndauer und eine NEM von fast einem Kilo. Wir haben hier 961,5 Gramm enthalten. Mal sehen, was der gute Junge hier uns zu bieten hat. Dementsprechend zünden wir die jetzt mal und schauen mal, wie die ist. The Peking Opera 1 von Ria Keo. The Peking Opera 1 von Ria Keo. Da ist das Geschw�theit, Geil. Vielen Dank.